Moin! Heute werde ich euch meine Weihnachtsgeschenke zeigen, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Und ich dachte, ich fange erstmal an mit denen von meiner Oma und von meinem Opa. Als allererstes habe ich ein Parfüm bekommen. Das riecht richtig gut und das sieht auch richtig schön aus. Ich kann es mal rausholen. So. So sieht das aus. Einen Moment. So sieht das aus und das ist einfach mega, mega schön und es riecht auch ziemlich gut. Und dann habe ich noch von Oma und Opa eine Picœur-Reithose bekommen. Die hat hier so richtig viel Strass und die sieht einfach mega schön aus. Die ist so dunkelblau und hinten hat die auch noch so Strass und Grip. Und das ist die erste Picœur-Reithose, die mir richtig gut passt. Und danke Oma und Opa auf jeden Fall schon mal dafür. Und dann mache ich weiter mit den Weihnachtsgeschenken von meiner Mama. Und zwar diese rosé-goldene Gerte. Die hat hier so Lack in Schwarz und so richtig schöne Glitzersteine. Die ist richtig schön und hat hier auch nochmal so ein bisschen Lack. Und dann mache ich jetzt mal weiter. Und zwar habe ich dann noch einen Halfter bekommen. Das ist auch mega schön. Das ist von der Marke USG. Und das ist so ein Lederhalfter mit so richtig schönem Glitzer. Ja, ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Und hier oben, das haben wir dann auch noch extra dazu gekauft. Das ist so ein braunes Fell, damit es auch noch ein bisschen so weich ist. Und es ist einfach mega schön. Dann habe ich noch ein T-Shirt bekommen von Capital Bra. Und ich mag den Rapper einfach mega. Deswegen wollte ich auch ein T-Shirt von ihm haben. Und jetzt habe ich es bekommen und ich liebe das T-Shirt einfach. Und dann habe ich noch so einen Einhorn-Anhänger bekommen, wo hinten drauf Frankfurter Festhalle draufsteht. Und ich finde den einfach auch mega schön. Den werde ich dann an einem Schlüssel von mir mal dran machen. Und dann habe ich aus der neuen Eskadron-Kollektion von der Youngstar-Kollektion die Bandagen in Pink bekommen. Die sind einfach mega schön und die sind größte Pony. Und dazu habe ich auch die passende Schabracke bekommen. Ich werde die euch jetzt mal zeigen. So sieht die Schabracke aus. Auf jeden Fall ist die pink und hat hier das schöne Logo. Auf beiden Seiten. Und das ist halt alles voller Sterne. Und das ist einfach so schön. Und pink steht sie, ist sie auch mega. Und als allerletztes habe ich noch Sporen bekommen. Und zwar sind das hier noch die Sporen. Die sind in Rosé-Gold. Und die sind einfach mega schön. Die sind von Waldhausen. Und ich finde die einfach mega schön, weil die haben so eine coole Farbe. Und das passt auch zu meinen Stiefeln richtig gut. Und ich mag die auch mega. So, das war es jetzt mit dem Video. Ihr könnt ja mal in die Kommi schreiben, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ein kostenloses Abo darüber würde ich mich mega freuen. Und bis zum nächsten Video. Bye! Bye! Stell doch schon auf. Was ist da ein Preis dran? Der Preis ist da dran. Erstmal diese Gärte bekommen. Bitte stell doch auf. Wie hebe ich das am besten? Ich eigentlich aus, ey. Ups. Versionen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.